Nike startet die Free Revolution und mit dabei ist der Nike Free Run Flyknit. Er ist nach dem Free Run Distance das zweite Modell, welches zur neuesten Generation der Free Ära gehört. Die Revolution wird beim Nike Free Run Flyknit vor allem in der Außensohle sichtbar. Die Tree Star Oxetic Geometrie, genannte Struktur, sorgt für die Flexibilität, die die Nike Frees seit jeher ausgezeichnet haben. Doch sie kann noch viel mehr. Wie der Fuß ist die Sohle in der Lage, in der Bewegung zu wachsen und zu schrumpfen und das sowohl in der Länge wie auch in der Breite. Das Ergebnis ist eine nie gekannte Anpassung an die Bewegung des Fußes. Mit seiner Leichtigkeit, seiner Flexibilität und seinem Style hat der Nike Free eine große Fangemeinde gewonnen und auch das neue Modell punktet damit. Dämpfungstechnisch wird der neue Nike Free Run Flyknit noch komfortabler, denn er bietet eine zweischichtige Zwischensohle mit einer festeren Schale und einem soften Kern. Der daraus resultierende Dämpfungskomfort spricht für sich. Wenn es um die Passform am Fuß geht, dann hat Nike mit seinem Flyknit Material ein ganz heißes Eisen im Feuer. Wie eine Socke passt es sich individuell deinem Fuß an. Gleichzeitig gibt es aber auch Stabilität und hält deine Füße sicher im Schuh. Die Nutzung unterschiedlicher Garnarten in verschiedenen Schuhbereichen macht es möglich. Bist du bereit an der Nike Free Revolution teilzuhaben? Dann hol dir den neuen Nike Free Run Flyknit in deiner Lieblingsfarbe in der nächsten Runners Point Filiale oder online auf www.runnerspoint.com